Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 11. Januar. Gut, ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende gehabt. Wir beginnen wieder mit dem DAX im Tagesschart. Wir sind hier weiterhin im steigenden Trendkanal unterwegs. Am Freitag dann nach einem neuen Allzeithoch bei 14.131 Punkten dann doch wieder abgesagt und schließlich dann bei 14.049 Punkten aus dem Handel gegangen mit einer schwarzen Tageskerze. Vorwürstlich notieren wir am heutigen Montagmorgen im Bereich von 13.960 Punkten, also wieder unter der Marke von 14.000 Punkten und dürfen damit die Kursschwäche vom Freitag hier mit der schwarzen Tageskerze fortsetzen. Wir befinden uns auch ziemlich weit schon entfernt hier vom 10er EMA dieser gelben Linie. Solange der DAX natürlich über dieser gelben Linie notiert, ist weiterhin kurzfristig von weiter steigenden Kursen auszugehen. Allerdings sollte nun ein Rücklauf nicht verwundern, nachdem wir zuvor bereits hier uns deutlich von dieser gelben Linie entfernt haben, wäre nun mit einem Rücklauf Richtung 13.780 Punkte zum 10er EMA zu rechnen beziehungsweise leicht darunter, so ungefähr bis in den Bereich von 13.700 Punkten. Die langfristige Anlaufmarke befindet sich weiterhin hier im oberen Trendkanalbereich bei 14.300 Punkten. Die könnten wir dann im weiteren Verlauf noch ansteuern, sollten dann aber hier wieder, wie bereits in den Vormonaten, wieder nach unten abdrehen. Gut, wir machen dann weiter mit dem DAX im Monatschart. Wir bewegen uns weiterhin hier an dieser oberen Widerstandslinie. Wir konnten am Freitag zuvor dann etwas nach oben ausbrechen. Wie gesagt, mit dem Allzeithoch, dann mit dem neuen bei 14.131 Punkten, sind dann aber nun im vorgriffslichen Handel am heutigen Montag wieder deutlich zurückgekommen und notieren wieder unter der Marke von 14.000 Punkten bei 13.960 Punkten. Es bleibt dann abzuwarten, wie sich der DAX dann in den kommenden Tagen verhalten wird, ob wir dann direkt einen weiteren Anstieg durchführen können oder ob wir dann hier an dieser Widerstandslinie, wie bereits in den Vorjahren, dann wieder nach unten abprallen werden. Gut, dann machen wir weiter mit den Konjunkturdaten für den heutigen Montag. Da liegt eigentlich wenig an, abgesehen hier von den Sentex-Konjunkturdaten für den Monat Januar, die um 10.30 Uhr veröffentlicht werden. Hier erwarten Volkswirte einen Stand von 2,0 Punkten nach minus 2,7 Punkten zuvor. Gut, und damit fangen wir dann erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich später noch mit dem ING Markets Chartflash und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im Trading und bis nachher.